Und herzlich willkommen zu Tukiden Kiwami, einem Spiel, was mich schon gepackt hat. Ich hol mal eben die Hülle her. Ja, hat sich eigentlich bisher, würde ich sagen, hat sich das gelohnt. 20 Euro hat es gekostet im GameStop. Normalerweise kaufe ich da nicht ein, aber ich habe mir The Division vorbestellt, und habe zwei Spieler eingetauscht, die ich günstig bekommen habe, und dadurch bin ich gut weggekommen für The Division. Und wenn ich schon mal da war, habe ich mir das Spiel mir geholt. Finde ich gut, das Spiel. Es ist tief in der Nacht, und ich spiele das. Das ist ein gutes Zeichen. So, dann machen wir einfach mal die Missionen alle nacheinander. Hm, ja. Nehmen wir alle mit. Verwärts! Geh' dich! Noch ist es nicht so anspruchsvoll. Ähm, ich weiß nicht, ob es überhaupt anspruchsvoller wird. Ich zieh' mal eben meine Hausschuhe aus, so. Ich... Wie machen wir das? Ich setze mich erst mal eben gemütlich hin. Vielleicht wird es ein bisschen laut. So. So, so ist eigentlich ganz geil. Ähm. Okay, ich muss ins rote Gebiet, oder wie? Dann können wir ja hier einfach... ...durchrennen. Oder? Machen wir einfach mal. Die können ja ihr Zeug da sammeln. Das ist jetzt... ...nicht so irrelevant. Also. Also ich möchte eigentlich... Äh, ich muss mein Handy eben holen, damit ich weiß, wie lange die Parts... ...ääh... ...sind. So. Okay. Okay, dieses Gebiet soll ich clearen. Bin ich mal gespannt. Das Schwert ist ja jetzt, äh... ...deutlich stärker. Merke ich, glaube ich, auch schon. Die droppen auf jeden Fall... ...sehr schnell. Alter. First wave... ...cleared. Wann kommen die Nächsten da? ...da? Moment... ...mensch... ...ich will sehen, wieviel... ...ja... ...ja... Aber ich mach... ...deutlich mehr Schaden. Ups. 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 Second wave... Schnapp mir das hier einfach erst mal. Oh, hi. Schauen wir uns den mal an. Boah, für den mach ich vorfüschern. Zwei Kondi. Was? Das war ja die Mission? Im Ernst? Ja, auch gut. Dann kriegen wir ordentlich Missionen hier in den Part rein, dann ist auch cool. Hier, mein Squad. Ja, ein bisschen doof hier im Schatten. Gehen wir mal in die Sonne. Hier, so. Cool, oder? Das wäre doch ein schöner Screenshot für den Dings, wenn die Leiste da rechts nicht wäre. Ah. Und überhaupt das ganze Interface da wäre. So. So. Ach so, Ancient Coin ist, äh, für, okay. Jetzt weiß ich's. Es ist einfach nur, um Geld zu bekommen. Hat keinen, äh, tieferen Zweck. Wenn man's findet, dann kriegt man einfach Cash. Okay. Ähm. Ähm. Die vierte, äh. Oh, nee, Hawk. Wir, wir speedrunnen das einfach, damit wir zu, schneller zu dem, äh, interessanten Teil kommen. Wir haben ungefähr fünf Minuten gebraucht, ungefähr, für die erste Mission mit dem ganzen Gelaber und alles. Und die vierte, äh. Alter. Das ist die Zeit! Na gut. Ich erwarte jetzt, dass in der letzten Wave ein dickerer Boss kommt. So. Das war's. Okay, da ist ein dickerer. Na, okay. Nicht unbedingt, aber er hat so lila, äh... Strahlen und wie ist das neu? Na, er geht genauso schnell down. Und wir haben einen neuen Mitama bekommen. Alter, schon wieder. Und wir haben einen mit dem Fancy gelaufen. Und wir haben einen mit dem Fancy gelaufen. Und wir haben einen mit dem Fancy gelaufen. Okay, okay. So, wo ist er? Nehmen wir mal Leech Alter Obwohl, ich will jetzt nicht K.O. gehen Oh, sie heilt mich Ach, fuck, ich hab gerade keine Ausdauer Okay, dieses eine Bein brechen wir gleich Alle eigentlich Alter Ein bisschen aufpassen, sonst gehe ich noch drauf Obwohl, der Heel ist ja voll stark Ja Was ist denn die Leiste da drübe? Oh, Heal fällt, ein Heal fällt. Shit. Aber wenn es Heal fällt. Alter, ist das stark. Voll geil. Ist das jetzt in der zweiten Stufe? Äh, der ist aber auf jeden Fall schon ein bisschen schwieriger, weil... Ah ne, ist sein Schild, oder wie? Weil jetzt verliert der erst richtig Leben, oder was? Ja. Okay. Dann beschäftigt den mal, ich loote. Kann noch ein Weilchen dauern. Zack. Black's Hand. Alter. Jetzt muss ich aber aufpassen, ey. Jetzt muss ich aber aufpassen, ey. Okay. Oh, I was motivated in the X. Okay, dein vorderst rechtes Bein ist nur noch... Okay. Ich kann nur noch zweimal heilen, das ist... ...natürlich ein Problem. Oha. Was jetzt? What is this? Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Oh, ihr habt schlechte Laune, ey. Oh, shit. Komm, zacken wir sein, ah, so, so, sein, sein, anderes Horn, schauen wir mal, alles schon gelb. Und der hat auch nicht mehr so viele, so viel HP, aber er wird schwieriger. Oh, der hat, oh, sein Schwanz. Fett, 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 fett. Hä? Was ist denn mit seinem Schwanz? Ist nicht mehr verwundbar. Ich hatte gerade keine Ausdauer mehr, oh, shit. Keine Ausdauer mehr zum Ding sind. Hä? Ich bin ein Schiff, du bist ein Schiff. Ich bin ein Schiff, du bist ein Schiff. Pfff. So, jetzt muss ich aufpassen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich muss aber nicht mehr fehlen leben. Ich will aber wissen, wann sein Schwanz da, äh, verwundbar ist. Alter. Alter. Pfff. Oh, danke. Nice. Die nehm' ich auf jeden fall mit, wenn ich die Wahl hab' Die ist richtig gut. Also der Heal ist voll stark Dieser Kreis hält ja ewig eng Komm das war's mit ihm Zack Easy Aber ich hab alles aufgebraucht fast Also meinen kompletten Heal hab ich da aufgebraucht Und Äh Ja Was ist das? Wie so ne Kette Cool ey Also Nagi ist auf jeden Fall ein guter Begleiter Äh Und sieht noch gut aus Also Jackpot Wenn ich die länger behalten darf Und der andere der ist auch voll stark Zehn Minuten hat's gedauert Elf Minuten Äh Äh Nee Ich mach mal einen weiter Aber Oh Cool Zwei haben wir bekommen Ähm Äh Was sollte ich sagen Äh Eins mach ich noch Hier in diesem Part Was für mich hier in Haare Ich habe ihn nicht Ich habe ihn aufgenommen Ich habe ihn aus Ich habe ihn mal wieder . Aber ich bin mich Ich habe ihn Ich habe ihn mit Anhaltung Ich habe ihn mit Ich habe ihn mit Onze Wird Ich bin Ich habe noch einen Schwerpunkt für die Wissenschaftler. Ich habe noch einen Schwerpunkt für mich. Hey, Shin-E-Li. Ich bin ein Schwerpunkt. Ich bin ein Schwerpunkt. Wenn du die Wissenschaftler aufzuhören, dann ist es ein Schwerpunkt. Ich habe mich überrascht. Ich bin der Schwerpunkt für die Wissenschaftler. Wenn du etwas für dich bist, dann bitte bitte. Okay. Yes. Bonewind. Ja, hier den Text zum Zu den Seelendingern Ist glaube ich egal Das ist mir sowas von egal Ich mache es nicht ganz so schnell Damit ihr noch ein bisschen mitkommt, aber Naja Ich schicke mal hier hin Jo, hau rein, dankeschön Bis zum nächsten Mal Äh, ne, dann gehen wir erstmal hier raus Und schauen uns ein bisschen um Um genauer zu sein hier Gale Tail Siehste? Ich brauch das Ist natürlich blöd Ich wusste es Ah, ich brauchte den Schwanz Ich brauche den Schwanz Ja, ähm Scheiße Aber der ist jetzt auch nur um sieben Punkte stärker Na gut, egal Egal Dann Kann ich es upgraden? Ich kann es auch upgraden Das würde den Water Damage erhöhen Moment, was Was hat das denn für ein Damage? 35 Chest Irgendwie So klein Okay Okay Ah, beim nächsten Mal Würde es zwei Sockel haben Das ist Das ist interessant Der Helm ist ja eigentlich das Das coolste Das optisch eindrucksvollste hier eigentlich Aber Ich könnte natürlich auch nur das Garzeug Das würde mich ja auch schon ordentlich Boosten Na ja Aber Crawlers Claw Tiger Pelt Oh nie Skin Na gut Kriegt man irgendwie Boni? Wenn man das Set zusammen hat oder so Set Boni Nee, ne Na gut Also Das wäre schon übel Das Set Wind Shredder Okay Schauen wir einfach mal Wie wir das zusammen kriegen Dann Noch brauchen wir sie nicht Upgrade Was? Wie? Was soll das hin heißen? Aha Aha Ich check's nicht Na gut Ähm Moment Äh Equip mit Hammer Der ist zum Beispiel Neu Der sieht ja fast genauso aus Wo ist denn der Unterschied Anzahl der Stacks Sieht auch ähnlich aus Moment Achso Der hat einfach nur Ah, okay Dann kann man den eigentlich auch Rückflüssig Find ich jetzt Was macht das Oh, okay Die Passiv ist dann anders Okay 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 Das ist ja geil Aber Leveln wir den erstmal hoch Und dann schauen wir weiter Aber Machen wir das im nächsten Part Ich schau einfach mal, was für eine Mission das ist Oder Moment Ich hab genug Okay Bisschen Smalltalk aber es ist jetzt nichts Ultra wichtiges Okay Neue Mission, ja Der Ruf hat das abgezielt Aber Sorry Oh, Alter Ja, komm hier, ey Wow Nicht mal richtig Geil Ja, das bringt mir nicht mal so viel, ey Ist egal Scheiße Das Hilft dir auch dem Was ist das Das hilft dir auch dem Zu einer Trophy Obwohl ich nicht glaube, dass ich Großartig hier nach Trophies Farmen Hürde Dafür ist das glaube ich Dann doch Zu Zu viel Gegrinde bei diesem Spiel Also Und Ja Was ist hier überhaupt der Job, ey Achso Oh Gott Diese Dinger einfach Na gut Ich werde jetzt nicht extra hier großartig Weil doch Ich wollte hier nicht so drauf achten Was hier so rumliegt Aber Eigentlich ist es sogar wichtig, ey Weil ich für ein paar Sachen was haben will Ist jetzt das ganze Gebiet offen? Weil Hier ist gar nichts grau angezeigt Heißt es dann das ganze Die ganze Map ist offen Das wird nämlich kacke Wenn ich fünf Viecher sammeln muss Killen muss Moment Da hinten ist eins Das ist unser drittes Wo sie sind Kacke Ah hier Hi Dich habe ich gesucht So Ähm Dahin gehe ich wohl noch Zu den Ruinen Das hole ich mir Okay Na gut Gehen wir ins Gebiet 4 Gebiet 7 ist glaube ich verschlossen Oder wie Aber wir sind eh durch Gehen wir ins Gebiet 7 ist glaube ich Ja Komm ich da noch hin Ne Na gut Das war es aber mit diesem Part Äh Ich Oh cool ey Voll viel Äh Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen Und wir sehen uns im nächsten Part wieder Bis dann Amen